Bewerberrekord bei der Polizei in NRW. In diesem Jahr haben sich mehr als 11.000 Schulabgänger beworben. So viele wie nie. Die Beliebtheit erklärt die Gewerkschaft der Polizei mit einer Mischung aus groß angelegter Online-Werbung, weitgehender Jobgarantie und im Bundesvergleich guter Bezahlung. Gleichzeitig warnt sie vor übertriebenen Erwartungen. Viele Auszubildende geben auf oder fallen durch die Prüfungen. 10% schaffen es.